hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft dorfleben zusammen mit meiner wundervollen frau und einer wahnwitzigen idee die du den leuten bitte erzählst naja ich finde ja diese steine hier diese glowstone die finde ich schön habe ich mir gedacht dass man ja den gesamten boden um zwei nach unten setzt die gesamte fläche mit glowstone ausgeleitet und darüber glas ich weiß wer das macht echt denn der pikmen freund davon neu okay das heißt also wir müssen in die hölle und glowstone farm naja vielleicht gefällt mir gar nicht ich wollte seine krone haben so ok ja finde ich super 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 so viel sammeln und die ganze insel so machen hallo junger man und gehst du ich muss weg das möchte ich sehen wer redet hier eigentlich boah nein hier waren andere stimme nicht du hast du nicht da echt ein ganz wichtiges aus habe ich dir vorhin vergessen zu sagen solltest du mal ein gast haben der auf dich schießt hier ja nicht durch portal laufen warum weil der aus portal schießt also immer weg vom portal aber kann man jetzt auch nicht rein und flüchten sozusagen nein du solltest ihn schon abhängen und dann rein und flüchten weil sonst zerstört das portal und dann hast du wieder das gleiche nein das steht an der selben stelle wir gehen bloß gerade in die eine richtung weil auf der anderen seite sind die und deswegen weil ich jetzt gerade aus so vorsichtig lava also wie gesagt da unten auf diese magma blöcke nicht drauf springt und die kann man jetzt auch nicht abbauen die kannst du abbauen ja klar die werden auch ganz hübsch die kannst du auch zu beleuchten nehmen aber wie soll ich selbst wohl naja indem du soweit abbaust dass du darauf treten kannst da ist zum beispiel ende ich hoffe immer dass da keine lava ist nein hier schon mal keine willst du die jetzt als boden nehmen also die werden auch nicht schlecht ich finde beide hübsch muss noch mal gucken ja die glitzern halt so schön da oben das finde ich so toll die haben so ein bisschen ein disco touch das stimmt allerdings ja gut dass so weit wie das runter geht ich brauche da jetzt nicht mehr ich brauche jetzt nicht mehr oh mein gott 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 was denn da kannst du rauf weiter ich bin da rein ja die sind schon schön aber die oben die glitzern so ein bisschen die fände ich halt unter dem glas das stimmt gott geht das weit runter aber die mit den hier können wir vielleicht auch was machen so draußen eine schutzzone um das dorf legen das stimmt so ah da hab das ende gefunden lieber wieder nach oben bevor hier irgendwo noch lava kommt so hier wird ihn da oben gar nicht beachten nö 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 solange der noch ganz so lange der nicht macht es alles gut wird kritisch aber das wäre echt das wäre tatsächlich auch die überlegung bei irgendeinem gebäude weil bei der kirche zum beispiel so was das als boden zu nehmen das wäre geil das hätte was geht schon schick was vor allen dingen das sieht dann auch cool in der nacht aus wenn das dann alles leuchtet ja oder andere witz 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 witzige idee deine glas idee aufzugreifen in form des marktplatzes ein geschenstein ja und dann halt glas drüber ne so dass du dich halt nicht verletzt ja ja das ist klar wenn das glas hebt und auch keinen schaden hat glas müsste eigentlich hier drüber heben ich weiß ja nicht ob der die hitze jetzt relevant empfindet ne normalerweise nicht du kannst ja auch lava unter glas setzen oh da ist lava wo wir gerade von lava reden ja ich meine spitzsacke ist da ist auch lava uh 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 glücker Da ist nochmal Lava Ich glaube wir müssen aber nachher dann kurz mal zurück Dass ich mir noch ein paar Spitzhacken mache Ja Weil ich habe jetzt gerade die letzte hier in der Hand Ja die habe ich auch in der Hand Wir haben bloß halt kein Eisen mehr glaube ich Irgendwas wird hier rot Also über mir Rote Okay Davon haben wir jetzt aber auch Davon haben wir jetzt richtig schön Also dafür dass wir eigentlich wegen anderen Blöcken hier sind Pass ich, pass ich, pass ich, pass ich Wow Warte Nein, 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 da oben rein So, warte Aber dann kannst du da rüber laufen Okay Okay das geht aber heftig weit Wie viel haben wir denn jetzt schon Oh Gott Wir haben erstmal genug davon Schatz Ich weiß nicht wie viel ich habe Ja, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks Also 6 Stapel Ne, so viel habe ich noch Das Ganze ist jetzt Magma Block Merkst du immer, wenn du buddelst und es wird auf einmal ganz hell Dann musst du aufpassen Ah, da hinten ist Ende Hoffentlich Ja, hier scheint auch zu Ende zu sein Jetzt ist meine Spitzhacke kaputt Okay Das könnte man auch sehr gut als Straße benutzen Ja, das stimmt, ja Das ist ja auch cool Mal gucken, ob ich noch irgendwas Das ist eine Schaufel, eine Steinhacke hatte ich noch Mit einer Steinhacke kannst du Weiß ich gar nicht, ob du Magma Blöcke mit Steinen abbauen kannst Ne Jetzt ist meine auch kaputt Aber warte Das nehmen wir noch kurz mit Ne, da müssen wir uns noch was herstellen Warte, ich nehme die noch kurz mit Ich habe 1, 2, 3, 4 4,5 Blöcke habe ich gemacht Okay Das ist Ne Menge Ich weiß gar nicht Ich gucke ja mal, wie viele ich habe Ich baue hier noch eben den Rest ab Und hoffe mal, dass es nicht da drunter noch weiter geht Nein Nein, okay Äh, 1 Oh Gott So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Okay 9 mal 64 Also damit kann man schon was anfangen Jetzt machen wir uns erstmal neues Oh, Magma Blöcke Ähm Oh, Lava Da geht's lang Ja, da hoch müssen wir Also hier rum, wir müssen da nicht hoch Irgendwo ein Gast Nö Also eigentlich wollten wir Glowstone haben, ne? Ja, jetzt machen wir uns Werkzeug und dann Aber wir haben, glaube ich, gar kein Metall mehr Weiß ich nicht, ich packe das mal in die Kiste, genau Wir haben Eisenklumpen Können wir aus Eisenklumpen auch wieder Eisen? Ja, können wir Mal gucken, wie Ähm Packen wir alle oben rein in die Kiste Feuerzeug hast du, ja, ne? Das Feuerzeug hab ich, ja So, ich kann Da liegt schon mal eine, Schatz Oh ja, das ist gut Und eine hab ich mir gemacht Ja, aber das reicht nicht Wir brauchen ein paar Müssen wir nochmal Eisen holen Ja Deswegen, aber wir können dann mit der Spitzhacke Können wir Eisen holen Das passt Ähm, Moment, 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 Moment Nimmst du mal bitte das, das Magma-Zeug da aus der, aus der Kiste mit Warum? Was willst du damit? Das hab ich extra da reingepackt Ja, das ist auch, tendenziell ist das auch richtig, aber junge Frau Ja Mir hemmen doch ein Lager Ja und? Ja, dann lass uns das doch gleich in die Kiste lagern Achso, ja, gut So Welche, welche darf es denn sein? Hm, ich würde sagen, wir fangen vorne an, oder? Fangen wir einfach hier vorne dem Ding ganz unten an Okay So, und ich mach jetzt das, was wir eigentlich auch noch wollten So, warte mal, wir machen das Links oder rechts, die Beschriftung An der Kiste Würdest du hier vorne hin machen? Ja, ja, achso, hier außen Hm Ja, dann müssen wir mal kurz gucken Dafür da, dafür da, dafür da Es ist halt Sicher, dass du es außen willst und nicht an der Kiste Ja, sonst machst du es Oder an der Seite Ja, aber da siehst du es ja nicht Weil ich könnte jetzt gesagt, wir machen das so Magma Block Ja, das kannst du machen, das stimmt Dann kannst du immer noch die Kiste aufmachen Okay Und so sieht man halt, wenn man hier vorbeiläuft Aha, Magma Block oder Whatever Mhm So, dann können wir nämlich hier gleich mal Das ist jetzt dieser Wabab-Boden Den hab ich auch Da, warte mal Und dann mach ich hier Was? Ich werde schon wieder für Bereiche Mit einem drüber kannst du Quarz Da kannst du dieses Neta-Quarz reinmachen Weil aus Neta-Quarz machst du Quarz Hm, ja, weiß ich nicht Haben wir da noch was dazu? Ah, ein Clovestone haben wir auch noch Aber ich hab keine Schilder mehr Aber so ist doch die Beschriftung okay Ja, und sie pierschen Aber weißt du was? Aha Bei dem Magma Block, da hätte ich jetzt die ganze Reihe Magna Block gemacht Eins und Fach, nur für Magma Blöcke Ah jo Okay Wollen wir so viele Farmen? Aber guck mal, wie viele Lager du hast Ah jo, ich hab gedacht Wir fangen jetzt erstmal an Mit dem Lager Na gut, dann fangen wir erstmal an Dann gehen wir jetzt Eisen holen Wir gehen jetzt Eisen holen Aber das machen wir in der nächsten Folge Denn für heute soll es das gewesen sein Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht Hat euch gefallen Würden uns natürlich freuen Wenn ihr bei uns beiden ein Abo Daumen hoch und Kommentar da lasst Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein Dann wünschen wir euch einen schönen Abend Einen schönen Nacht Einen schönen Morgen Je nachdem wann ihr euch das Ganze anschaut Und sagen Bis zum nächsten Mal Ciao